Das sind fünf Gründe, warum du prokrastinierst und nicht das machst, was du dir vornimmst. Du hast Angst zu versagen. Deine Aufgabe erscheint zu groß und zu schwierig. Du bist gestresst. Du hast eine schlechte Impulskontrolle. Du verplemperst zu viel Zeit mit deinem Smartphone. Und wenn du wissen willst, wie du aufhörst zu prokrastinieren, schau dir mein kostenloses Online-Training an. Den Link findest du in meiner Bio.